Das Gefühl zu haben, jemanden dringend zu brauchen oder nicht von dieser Person wegzukommen, kann ein sehr unangenehmes Gefühl sein und man kann oft das Gefühl dabei haben, dass man irgendwie keinen Ausweg hat. In diesem Video besprechen wir, wie das Ganze ablaufen kann. Hi, willkommen zurück auf meinem Kanal Mystery. Mein Name ist Gizem. Na, wie geht's dir so? Auf diesem Kanal reden wir über die Themen Spiritualität, Kraft der Gedanken, Selbstentwicklung und vieles mehr. Wenn das Themen sind, die dich interessieren, dann lass mir gerne ein Abo da, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und einen Daumen nach oben natürlich, um dem Kanal ein bisschen weiterzuhelfen. Ja, worum geht's in diesem Video? Es geht darum, wenn man das Gefühl hat, man braucht jemanden, um glücklich zu sein. Oder nicht nur jemanden, sondern das kann auch etwas sein, ja. Und das sehe ich in der Welt der Manifestation sehr viel, dass Leute halt eine bestimmte Person manifestieren wollen, ihren Ex-Freund manifestieren wollen oder manifestieren wollen, dass der Partner, den sie jetzt gerade haben, das heißt, ihre Beziehung auf eine bestimmte Art und Weise verläuft. Ja, das heißt, sie sind abhängig von einem ganz bestimmten Szenario. Sie möchten das unbedingt haben. Sie sagen, wenn ich das nicht kriege, bin ich nicht glücklich. Und dieser Zustand allein schon macht eine Person sehr unglücklich und das kann ein sehr bedrückendes Gefühl sein. Wenn man das Gefühl hat, mein ganzes Leben spielt jetzt keine Rolle mehr, wenn diese eine Sache nicht so läuft, wie ich das jetzt haben möchte, dann bin ich total unglücklich, egal was ich sonst in meinem Leben alles habe. Ja, und darüber wollen wir heute reden, was für eine Energiedynamik das ist, wie man da wieder rauskommen kann, wie man es schafft, einfach sich wieder besser zu fühlen und unabhängig zu sein von einer bestimmten Person oder von einem bestimmten Ereignis, das man anziehen möchte. Denn tatsächlich ist das bei der Manifestation so, dass wenn du etwas so sehr brauchst, dass du quasi schon abhängig davon bist, du hast eine Verbindung dazu, die so stark ist, dass du nicht loslassen kannst, dann können wir diese eine Sache meistens auch gar nicht manifestieren, sondern wir, dann ist es energetisch gesehen sehr abstoßend einfach. Dieses Ding kannst du dann auf diese Weise nicht manifestieren. Deswegen ist Loslassen und eine gesunde Beziehung zu sich selbst, zu den Dingen in seinem Leben ist immer der Schlüsselfaktor zur guten Manifestation oder zu einem Leben, das dich im Grunde genommen einfach glücklich machen kann. So, also komm mit mir zusammen jetzt einfach auf diese kleine Reise. Ja, das sind vier Schritte, wirklich mentale Schritte, die wir vornehmen können, um uns von einer ungesunden Abhängigkeit zu einer Person oder zu einem Ereignis zu lösen und diese einfach loszulassen. Ja, das sind einfach vier ganz einfache mentale Schritte, die du jetzt gerade mit mir einfach machen kannst während des Videos oder du kannst dir das aufschreiben. Ich hoffe einfach, das hilft dir ein bisschen dabei. Bring jetzt in deine Gedanken das eine Ding oder die eine Person, die dich so ungesund abhängig fühlen lässt, ja, von der du das Gefühl hast, von dieser Person kommst du nicht los oder von diesem Ereignis oder von einer Idee vielleicht sogar, ja, und das macht dir auch irgendwie Angst und du hast irgendwie Angstgefühle davon und du fühlst dich irgendwie verlassen oder im Stich gelassen, wie auch immer deine negative Gefühlswelt gerade aussieht, ja, bring dir das wieder ins Gedächtnis. Und der erste Schritt, den du erstmal machen musst, ist eine Entscheidung zu treffen. Der ungesunden Erwartung, die du hast gegenüber dieser Person oder gegenüber diesem Ereignis, entscheide dich zwischen dieser Verbindung und zwischen dem Glücklichsein. Ja, es gibt nur diese beiden Seiten, du kannst dich nur entscheiden, entweder weiter an dieser Person festzuhalten und zu versuchen, dass es exakt so aussehen soll, wie du dir das wünschst, dass diese Person sich vielleicht sogar so verhalten soll, wie du dir das wünschst, ja, oder dir etwas ganz bestimmtes sagen muss oder so und so sein muss oder in deinem Leben sein muss oder wie auch immer, entscheide dich zwischen dem Festhalten und dem Loslassen. Entscheide dich darüber, glücklich zu sein oder weiter festzuhalten. Denn es gibt nur diese beiden Seiten, du kannst nicht weiter an dieser Person festhalten und glücklich sein. Auch wenn du bereits in einer Beziehung mit einer Person bist, kannst du nicht so krass abhängig von dieser Person sein, denn dann wirst du manifestieren, was wir eine unglückliche Beziehung nennen. Eine unglückliche Beziehung sieht so aus, wenn ein Partner von dem anderen abhängig ist und sich ständig Gedanken darüber macht, die Person sollte aber das jetzt gerade zu mir sagen und sich so verhalten und nicht so verhalten, sondern so, wie ich mir das vorstelle und das und das ist aber auch nicht so gelaufen, wie ich mir das gewünscht hätte und die Person, ja, du möchtest diese Person unbedingt bei dir haben, aber du hast auch eine ganz bestimmte Idee, wie das aussehen sollte. Das macht dich wiederum auch abhängig von der Person und das manifestiert eine unglückliche Beziehung. Selbst wenn du also jetzt mit der Person zusammen bist und eine feste Beziehung hast, musst du deine Abhängigkeit von dieser Person loslassen, wenn du glücklich sein willst. Denn selbst wenn du es schaffst, eine Beziehung zu manifestieren mit einer Person, von der du abhängig bist, bei der du glaubst, ohne diese Person kann ich nicht glücklich sein, wird es eine unglückliche Beziehung sein. Du wirst dich immer wieder fragen, wieso läuft es nicht so, wie ich mir das wünsche und genau dieser Gedanke wird dazu führen, dass immer mehr Dinge passieren, die dich unglücklich machen. Das wird dich in sehr tiefer Vibration halten, ja. Also musst du dich jetzt entscheiden, glücklich sein oder weiter festhalten. Und ihr könnt euch sicher sein, dass ich die Entscheidung getroffen habe, immer und immer wieder, egal in was für Beziehungen es sind. Es kann eine Freundschaft sein, es kann die Beziehung zu deinen Geschwistern sein, die Beziehung zu deinen Eltern, die Beziehung zu irgendeinem Familienmitglied, ja. Oder die Beziehung zu deinem Partner, die Beziehung zu jemandem, in den du schon seit langem verliebt warst, aber der dir irgendwie nie zurück die Aufmerksamkeit geschenkt hat, die du haben wolltest, ja. Egal, welche Beziehung es ist, du kannst nur glücklich sein, über diese Beziehung hinwegkommen oder einfach nur alles akzeptieren, so wie es ist, wenn du sie loslässt, wenn du dich dafür entscheidest, lieber glücklich zu sein, als eine ganz bestimmte Person zu haben oder sie zu haben, genauso wie du sie möchtest, ja. Das kann zum Beispiel auch sein, warum sind meine Eltern nicht so und so, so stelle ich mir das aber vor, so sollte ein Elternteil sein. Warum ist meine Freundin nicht so und so, so stelle ich mir das vor, so sollte eine Freundin sein. Das heißt, einfach entscheiden, ich bin lieber glücklich, als daran festzuhalten, es sollte aber anders sein, ja. Oder ich kann nur, wenn, bla bla bla. einfach entscheiden, ich bin einfach lieber glücklich. So, das führt mich zum zweiten Punkt und zwar ist der zweite Punkt, dass man sich überlegen muss, woher kommt diese ungesunde Verbindung, woher kommt diese Abhängigkeit von der Person, woher kommt diese Idee, dass eine Person, mit der man befreundet ist, dies oder das machen müsste, ja. Woher kommt das? Und du kannst einfach ein bisschen analysieren, deine vorherigen Beziehungen, wo wurdest du vielleicht in einer Freundschaft schon mal enttäuscht, wo wurdest du vielleicht in einer Beziehung schon mal enttäuscht, ja. Bei mir ist das zum Beispiel so gewesen, ich war eigentlich immer daran gewöhnt, diejenige zu sein, die hinter der man hinterherläuft vielleicht sogar oder diejenige zu sein, an die andere gebunden sind und wenn man dann sich jemanden kennenlernt oder jemand Neues in seinem Leben erscheint und dann denkt man sich, ja, bei dieser Person wird das genauso sein, die wird mir hinterherlaufen und das wird einfach genauso sein, wie ich das bis jetzt immer erlebt habe und das ist dann nicht so, dann gerätst du immer mehr da rein, dass du daran so krass festhältst und dir denkst, warum ist das nicht mehr so, warum, alle anderen sind mir doch auch hinterher gelaufen, warum diese Person nicht und dann wirst du so besessen und abhängig davon und dann musst du dich irgendwann mal fragen, wieso? Ja, logisch, weil vorher immer du daran gewöhnt warst, dass alle dir hinterherlaufen, plötzlich macht das jemand nicht mehr, du bist besessen davon, ja. Also einfach überlegen, was war meine Erwartung von dieser Person. Manchmal kann sich nur eine ungesunde Beziehung entwickeln, weil du eine ungesunde Erwartung von dieser Person hattest. Das heißt, Erwartungen sind eigentlich das, was immer unser Unglücklichsein provoziert, ja. Sobald du etwas erwartest von jemandem und nicht akzeptieren kannst, so wie es ist, genau in dem Moment fängst du an, in tiefe Vibrations zu gelangen, genau in dem Moment fängst du an, Negatives zu sehen die ganze Zeit, undankbar zu sein für das, was du bereits hast und nicht mehr zu vertrauen, nicht mehr einfach zu akzeptieren, was ist, nicht im Moment zu sein. Wenn du erwartest, es hätte aber so laufen müssen, ja, das alleine kreiert schon eine ungesunde Bindung dazu und das alleine kreiert schon ein Gedankenmuster, das immer wieder kommen wird und das wird immer mehr gefestigt, ja, die ungesunde Verbindung durch dieses wiederholende Denken wird das gefestigt, dass wir uns immer schlechter fühlen eigentlich. Und dieser Gedanke kommt dann immer und immer wieder, selbst wenn du diese Sache hast, selbst wenn du den Partner, den du haben wolltest, in deinem Leben hast, sobald du ungesunde Erwartungen gegenüber einer Person hast, auch wenn du bereits verheiratet bist, ja, wenn ich irgendwelche Erwartungen gegenüber meinem Mann habe, er müsste mir jetzt aber das und das sagen oder anders seine Liebe zeigen oder das und das mit mir unternehmen oder er müsste mir jetzt aber das schenken, aber es musste auch von alleine kommen und bla bla bla, ja, denn die Gedanken können ja alles Mögliche kreieren. Sobald ich denke, damit ich glücklich bin, muss er irgendeine Sache erfüllen, die ich mir ausgedacht habe, kreiere ich Unglück für mich selbst. Ich kreiere, dass ich unglücklich bin. Ich erschaffe das für mich selbst, allein dadurch, dass ich diese Gedanken habe, es sollte aber anders sein, ja. Als dritten Schritt, nachdem du herausgefunden hast, woher kommt die ungesunde Verbindung, die ungesunden Erwartungen, vielleicht aus deiner Kindheit, vielleicht von vorherigen Beziehungen, wie auch immer. Als drittes kannst du immer deine Perspektive wechseln. Einfach wirklich die Sache so sehen, wie sie wirklich ist und sagen, es ist gar nicht so dramatisch, ja, wie man sich das manchmal vorstellt. Vor allem, wenn man 15 ist und denkt, diese eine, in die man sich verliebt hat, ist jetzt der Einzige und man heult abends im Bett und was weiß ich was. Einfach deine Perspektive ändern. Denk dir einfach, wenn ich 25 bin, wird es absolut keine Rolle mehr spielen für mich, wer diese Person überhaupt war, okay. Und ich werde nie wieder an diese Person überhaupt denken und so, es ist eigentlich total unwichtig, ja. Jetzt gerade denkst du vielleicht, die Welt geht unter, aber allein, wenn du deine Perspektive ein bisschen zurücknimmst, dich ein bisschen von außen betrachtest, dann wirst du sehen, auch wenn diese Person nicht existieren würde, würde es mir total gut gehen, okay. Auch ohne, also auch bevor diese Person existiert hat, ging es mir gut und auch danach wird es mir immer noch gut gehen. Auch wenn die Person nicht in meinem Leben ist, auch wenn die Person mir nicht sagt, dass sie unsterblich in mich verliebt ist, mir geht es trotzdem gut, okay. Und ich bin trotzdem liebenswert. Und einfach diese Perspektive einnehmen. Nicht jeder kann dich lieben. Nicht jeder muss dich mögen. Nicht jeder muss ein guter Freund für dich sein, okay. Nicht jeder kann perfekte Eltern haben. Fakt ist, dass fast keiner perfekte Eltern hat. Also einfach die Perspektive wechseln und sagen, hey, das, was ich erwartet habe, ist vielleicht unrealistisch und meine Perspektive sollte aber auf mir selbst liegen und nicht darauf, wer was zu mir gesagt hat oder wer was für mich empfindet oder was auch immer. Das bringt mich zum vierten Schritt. Die Schritte gehören natürlich alle irgendwie miteinander zusammen. Ich habe die ganze Zeit irgendwelche Beispiele füreinander gegeben. Und zwar ist der vierte Schritt, dass man sich selbst klar macht, nichts, das außerhalb von mir existiert, kann mich unglücklich machen. Und genauso wenig kann nichts, das außerhalb von mir existiert, mich glücklich machen. Es müsste aber alles so sein, wie wir uns das vorstellen, ja. Oder alles, was wir nicht haben, könnte uns noch glücklich machen. Wenn wir das und das hätten, dann sind wir glücklich. Wenn wir diese Person hätten, dann sind wir glücklich. Das ist ein total ungesunder Gedanke, der dich immer nur unglücklich machen wird. Du musst einfach nur realisieren, das Einzige, was glücklich sein ist, ist ein Gefühl, das von innen herauskommt. Das bedeutet es, das bist du selbst, der dich glücklich machen kann. Nur du selbst kannst es machen. Nur du selbst kannst dieses Glück empfinden, wenn du einfach im Moment bist und die Dinge so siehst, wie sie sind und so akzeptierst, wie sie sind. Nur dann kannst du wirklich glücklich sein und Glück empfinden. Und dieses Glück kommt einzig und allein aus dir heraus, ja. Nichts, was um dich herum ist. Niemand, der kommt oder geht, kann dir Glück bringen oder dein Glück mitnehmen. Glücklich sein ist etwas, das aus dir selbst herauskommt. Okay? Eine Sache sind auch zum Beispiel, ja, aber ich fühle mich ja so und so, wenn diese Person da ist. Und wenn die Person weg ist, fühle ich mich aber so und so. Deine Emotionen kommen genauso aus dir heraus, aber sie haben etwas mit dir zu tun. Nichts mit der Person, die gekommen oder gegangen ist. Es sind deine Emotionen und sie sind wertvoll, aber es hat nichts damit zu tun, wer jetzt gerade kommt und wer geht und wer was zu dir sagt. Deine Emotionen haben immer was mit dir zu tun, ja. Die stehen immer mit Beziehung ich zu ich. Deine Beziehung zu dir selbst ist die wichtigste, die du in deinem Leben haben wirst. Und wenn diese Beziehung nicht stimmt, kann dich keiner glücklich machen. Wortwörtlich niemand auf der Welt kann dich glücklich machen, wenn die Beziehung zu dir selbst nicht stimmt. Wenn die Beziehung zu dir selbst nicht richtig ist, okay. Und wenn du die Beziehung zu irgendjemand anderem, ja, für wichtiger hältst als die Beziehung zu dir selbst, ist das der Grundstein von allem Unglücklichsein. Denn die Beziehung zu dir selbst wird immer wichtiger sein. Wenn du denkst, dass dein Glück davon abhängig ist, wie eine andere Person sich verhält oder ob eine andere Person dich mag oder nicht, dann stellst du dich selbst in so ein schlechtes Licht. Wer kann in deinem Leben bitte schon wichtiger sein als du? Es ist dein Leben. Du lebst es, ja. Andere Leute sind wirklich nur Besucher in deinem Leben. Jeder einzelne Freund, der kommt und geht. Jeder einzelne Partner, der kommt und geht. Das sind alles Besucher in deinem Leben. Es hat nichts damit zu tun, dass du ganz bestimmte Leute brauchen würdest, um glücklich zu sein. Das stimmt nicht. Das ist einfach nur ein Märchen, das wir uns selbst erzählen, um uns mehr unglücklich zu machen. Ja, wir erzählen uns das, um einfach, manchmal sind wir süchtig danach, uns zu beschweren. Wir sind süchtig danach, unglücklich zu sein, einfach weil wir denken, wir sind dann besser als andere oder weil wir denken, unser Leben ist interessanter oder was auch immer. Ja, aber komm da bitte raus. Dein Leben kann wirklich nur weitergehen beziehungsweise sich weiterentwickeln, wenn du die Beziehung zu dir selbst weiterentwickelst. Okay, und bei mir ist das so, ich musste die Beziehung zu mir selbst weiterentwickeln, während ich schon in einer Beziehung war. Ich bin schon seit sechs Jahren verheiratet, okay, und ich musste wirklich die Beziehung zu mir selbst weiterentwickeln, während ich in einer Beziehung war. Und wie ich das gemacht habe, ist ganz einfach, alles, was mich bei ihm genervt hat, was mich an ihm genervt hat, bei jeder Kleinigkeit, ja, habe ich mich gefragt, was sagt das über die Beziehung von mir zu mir selbst aus? Okay, das heißt, wenn ich das Gefühl hatte, er zeigt mir nicht genug Liebe, dann habe ich mich gefragt, wo zeige ich mir selbst nicht genug Liebe? Und dann habe ich daran gearbeitet. Denn ihn zu ändern, hätte absolut keinen Sinn. Du kannst nur dein Leben ändern, wenn du die Beziehung zu dir selbst änderst, okay? Das heißt, egal, auch wenn du in einer Beziehung bist, auch wenn das dein Ex-Partner betrifft oder was auch immer, wie du dich über eine bestimmte Person fühlst, ja, das ist eigentlich nur ein Spiegel dafür, wie du dich für dich selbst fühlst. Ergibt das einen Sinn? Wenn ich das Gefühl hatte zum Beispiel, er verbringt nicht genug Zeit mit mir, dann habe ich mich gefragt, wo verbringe ich nicht genug Zeit für mich selbst? Also wo opfere ich nicht genug Zeit für mich selbst oder investiere ich nicht genug Zeit für mich selbst? Wenn ich das Gefühl hatte, er redet nicht nett genug mit mir, ja, habe ich mich gefragt, wo rede ich nicht nett genug über mich selbst oder mit mir selbst? Ist es vielleicht mit meinen Gedanken? Kann ich vielleicht keine Komplimente akzeptieren, wenn mir jemand ein Kompliment macht? Oder wenn ich mit anderen rede, rede ich dann schlecht über mich selbst? Sage ich dann, dass ich faul bin? Sage ich dann, dass ich gar nicht so hübsch bin? Oder sage ich dann, ja, einfach nicht nette Sachen, okay? Das heißt, deine Beziehung, die sehr viel Energie vielleicht jetzt gerade für dich aufnimmt, ist meistens einfach nur ein Spiegel dafür, wie ist deine Beziehung denn gerade zu dir selbst? Und daran kannst du arbeiten, okay? Alles andere, was außerhalb von dir ist, von deiner Beziehung zu dir selbst und dir als System, ja, alles andere musst du einfach akzeptieren, wie es ist und lieben, wie es ist auch vor allem, ja. Liebe, wenn wir vor allem über eine Person reden, wenn du jemanden liebst, dann kannst du das nicht tun, indem du darüber entscheidest, wie sie aber sein sollte, wie sie sich verhalten sollte, wie sie, mit wem sie zusammen sein sollte, ob mit dir oder mit irgendjemand anderem, das ist keine Liebe. Jemanden zu akzeptieren, das ist wahre Liebe, zu sagen, die Person ist so, wie sie ist, okay? Und ich möchte das nicht ändern, ohne Angst verlassen zu werden, ohne Angst alleine zu sein, ohne die Angst zu viel gegeben zu haben, ja, ohne irgendwas dafür zurückzuverlangen. Das alles müssen wir beiseite schieben und wir müssen uns in Akzeptanz üben, ja, und wenn wir das nicht schaffen, dann müssen wir das immer und immer wieder holen. Wir müssen das uns selbst immer wieder sagen, ich akzeptiere alles, was nicht in meiner Macht liegt. Ich akzeptiere alles, was so ist, wie es ist, denn es ist schon so, es ist schon so, du kannst es nicht ändern, okay? Das, was du aber ändern kannst, ist deine Beziehung zum jetzigen Moment, okay? Deine Beziehung zu dir selbst, deine Beziehung zu deiner Wahrnehmung, deine Beziehung zu, im Allgemeinen, deine Selbstentwicklung ist das Einzige, woran du wirklich arbeiten kannst. Dein Glücklichsein allgemein im Leben, das ist das Einzige, woran du wirklich arbeiten kannst, worauf habe ich jetzt Lust? Möchte ich lieber zum Flurmarkt gehen oder möchte ich ein Bild malen, möchte ich jetzt gerne einen Film gucken? Was möchte ich jetzt gerade machen? Das sind Dinge, die wirklich wichtig sind, das sind die einzigen Dinge, die zählen. Du und dein freier Wille, ja, das ist das Einzige, wofür du hier bist. Du bist hier, um damit zu spielen. Du bist hier, um die Dinge zu tun, die dir Spaß machen, okay? Du bist nicht hier, um von einer ganz bestimmten Person geliebt zu werden. Du bist hier, um dich selbst zu lieben und von dir selbst geliebt zu werden und Dinge zu tun, die dir Spaß machen, für dich selbst, okay? Und das hört sich vielleicht total egoistisch an. Diese Dinge, die dir Spaß machen, darunter kann sich auch zum Beispiel anderen helfen, ja? Ja, das kann auch etwas sein, das dir Spaß macht. Anderen zu geben, freiwillige Arbeit, das können Dinge sein, die dir Spaß machen. Ein Kind groß zu ziehen, eine Familie zu gründen, anderen zu helfen, das können Dinge sein, die dir Spaß machen. Und wer hätte es gedacht, das sind gute Dinge, das sind Dinge, die anderen auch helfen. Also, wenn du jetzt gerade in der Situation bist, dass du eine Person nicht loslassen kannst, unbedingt denkst du, du musst diese Person haben und wieso ist es nicht so, wie ich mir vorstelle, wieso liebt die Person mich nicht oder wieso liebt sie mich nicht so, wie ich es mir wünsche, bla bla bla. Lass es los. Lass die Vorstellung davon los, dass jemand anderes dich glücklich machen kann. Lass die Vorstellung davon los, dass etwas anders sein müsste, als es bereits ist. Akzeptiere alles, so wie es ist und lass es los und entscheide dich dafür, glücklich zu sein. Und das ist der einzige Weg. Loslassen ist der einzige Weg, glücklich zu sein. Die Person erfolgreich zu manifestieren, ja, ist nicht der Weg, um glücklich zu sein. Ich glaube, wir kennen alle Dinge oder Ereignisse in unserem Leben, von denen wir abhängig sind, von denen wir denken, wenn ich dieses eine hätte, dann wäre ich glücklich, ja. Und ich glaube, ihr könnt mir alle dahingehend zustimmen, dass wenn wir uns mehr Gedanken darüber machen, was wir haben sollten und was da sein sollte, damit wir glücklich sind, diese Idee allein schon macht uns mehr unglücklich. Im Gegenteil dazu, wenn wir aber manchmal einfach genießen, wie es gerade ist und wir gerade die Dinge, die wir haben, zu schätzen wissen und dankbar sind, dass das genau das Gefühl ist, das wir immer suchen. Das ist glücklich sein. Okay? Und der Zustand, wirklich nichts zu brauchen, das ist wahres Glück. Ich habe alles, was ich brauche. Okay? Dass es wirklich echte Manifestation ist, zu sagen, ich habe bereits alles, was ich brauche, um glücklich zu sein. Nichts, das außerhalb von mir selbst ist, kann mich glücklich machen. Das ist wahre Manifestation, ja. Da fängt Manifestation an. Das ist der Grundbaustein. Wenn du diesen Grundbaustein hast, kannst du alles manifestieren. Aber der Grundbaustein ist, ich bin jetzt glücklich. Ich brauche nichts in meinem Leben. Ich bin die einzige Person, die dafür verantwortlich ist, mich glücklich zu machen. Nichts, das ich bekommen kann, das ich verdienen kann, das ich mir anschaffen könnte oder was auch immer. Rein gar nichts könnte mir Glück bringen. Okay? Glück kommt aus mir heraus. Glücklich sein ist quasi mein Geburtsrecht. Nichts kann dieses Glück auch von mir wegnehmen, auch wenn ich etwas verlieren sollte. Und das ist tatsächlich der Zustand, in dem wir in unserem Leben am wenigsten verlieren beziehungsweise am meisten Glück anziehen können. Das ist der Zustand, den wir dafür brauchen. Ich bin glücklich und ich brauche nichts, um glücklich zu sein. Nichts, das kommen könnte, könnte zu meinem Glück beitragen. Ich bin bereits auf dem höchsten Level von glücklich, auf dem ich sein könnte, ja. Das ist der Zustand, in dem wir das geilste Leben manifestieren können, okay. Und das ist der Zustand, der der Grundbaustein für uns alle sein sollte, einfach loszulassen. Alles andere, was du dir wünschen könntest, einfach loszulassen. Das ist der Grundbaustein. Zu sagen, ich, wie ich bin, jetzt gerade, perfekt. Ich bin glücklich, so, fertig, aus, okay. Das ist der Grundbaustein. Und das ist der Grundbaustein, den die meisten Leute auch attraktiv finden. Das ist das, was die meisten Leute anziehend finden, wenn jemand unabhängig ist, ja. Unabhängigkeit ist sehr anziehend auf Menschen. Zu sagen, ich bin glücklich, weil ich mich glücklich mache und ich brauche niemanden, um mich glücklich zu machen. Das ist der anziehendste Zustand, in dem du dich befinden kannst. Für Berufe, für Geld, für Beziehungen, für das Haus, das Auto und bla bla bla, für alles in deinem Leben. Loslassen ist also key und, ja, unsere Beziehung zu uns selbst ist einfach, die Beziehung zwischen dir und der Welt ist nur eine Reflexion von deiner Beziehung zu dir selbst, okay. Wenn die Welt dich mit liebenden Armen empfängt und dir alles gibt, was du dir wünschst, dann heißt das, dass du eine sehr gute Beziehung zu dir selbst hast. Und verstehe das nicht falsch, es werden immer schwierige Situationen in jedem Leben auftauchen. Aber wenn deine Beziehung zu dir selbst stabil ist, dann kannst du durch jeden Verlust, durch jede Emotion, durch jede Schwierigkeit in deinem Leben, ja, kannst du besser durchmanövrieren und besser erleben einfach, wenn deine Beziehung zu dir selbst gesund ist, wenn deine Beziehung zu dir selbst stark ist, dann wirst du alles andere einfach als Erfahrung, dazugewinnung, ja, das habe ich dazugewonnen, als eine Erfahrung. Und was kann ich daraus lernen, was sagt das, wie ich mich noch weiterentwickeln kann über mich aus, ja. Alles ist einfach nur ein Gewinn dann für dich. Jede schlechte Erfahrung sogar, jeder Verlust sogar ist ein Gewinn für dich, wenn deine Beziehung zu dir selbst stark ist. Damit lasse ich euch jetzt einfach mal alleine und höre jetzt auf, weiterzureden, weil das hört sonst nie auf, ja. Danke mal wieder fürs Zuschauen. Ich freue mich immer wieder natürlich auf eure Kommentare und wenn ihr meinen Kanal abonniert habt, dann sehen wir uns auch beim nächsten Video hier bei mir. Tschüss!